Ich find hier einfach keine guten Karten. Ja, ist nicht gut. Soll ich mit allen Leuten sprechen? Ja, komm, warum nicht? Ach stimmt, das geht ja nicht. Das geht erst, wenn man auf die Locario-Insel da kann. Gegen die Rivalen haben wir schon gekämpft. Bibliothek. Da muss ich nachher nochmal rein, ne? Weil der Professor und Lucia da sind. Ich glaub, erst nach der Arena. Oder wenn ich vielleicht zur Arena gehe, halten die mich auf. Irgendwie so war das. Ich dachte, du wolltest Bücher lesen. Nee. Nee, nee, lieber nicht. Aber Bücher sind toll. Letztes Buch, was ich gelesen hab, war... Oh Gott. Wie hieß das? Emilia Galotti. Und, Alter, ich hab Cancer bekommen. Oh, passiert halt mal. Ah. Donfon. Donfon. Renkenschmied, ist ja süß. Das letzte Buch bei mir war, äh, aus dem Film Harmony. Anime-Film, oder? Ja, ja. Ja, war klar. Ist der Tony. Ja, ja, hallo? Ist der Tony. Ist der Tony. War ja, war ja klar. Aber ich muss sagen, das Buch war echt gut. Krakelo. Das Ding hat Zugabe eingesetzt. Goddammit. Ich wollte es grad aussaugen. Viel Spatman. Viel Spatman. Ah, okay. Jetzt kommen wieder diese Aufzüge. Biep. Hä? Bei diesen Auf. Oh, Nocchan. Nocchan. Kabuto. Alter, willst du mich verarschen? Natürlich setzt das Ding Heilblockade ein. Äh, ist so eine Verarsche, ne? Oh, guck mal, du bist 36. Nur. Hm. Yay, hier ist nichts. Wo, wo. Runter uns im nächsten. Wo, wo. Hier ist auch nichts. Wo, wo. Da, 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 da. Hallo? Möchtet hier drauf. Cool. Miep. Miep. Heißer, das muss weiter hier lang. Yay. Luxra. Wie das noch war? Aber die Gegner sind... Holy shit sind die hoch. Synthese. Ja, hau. Halt die Fresse, ey. Danke. Der Lucky Crit, natürlich. Muss sein. Der Lucky Crit. Alter Level 30, die Gegner. Ich glaub wir müssen vielleicht grinden. Ist nicht gut, ne? Hm, du musst nicht unbedingt grinden. Ah. Okay, 35 Stunden wieder angenehmer, du. Okay. Peach ohne. Hm, hm. Mehr Gegner hat's. Hup, 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 hup. Mir geht's. Was ist ein Nachspiel für eine Attacke? Nachspiel? Äh, ich glaub, wenn es stirbt, stirbst du auch. Ist das nicht abgangsbund? Ach, stimmt. Ähm. Aber nachspiel hört sich sehr ähnlich an. Deswegen hab ich Angst. Mach einfach. Hm, hm. Du hast ja nichts zu verlieren außer den Puppen. Hm, hm. Hast recht, hast recht. Aufgrund von Nachspiel alle AP verloren. Wow. Mankey, ja. Komm, dann hol ich mal den Tony rein. Guck mal, ob du das alleine regeln kannst. Sicher nicht. Läuterfeuer. Bam. Holy shit, Alter. Wreckst du den? Jetzt noch einen schönen Schlitzer. Alter. Tony. Du bist halt einfach inzwischen gut. Also nicht super gut, aber okay. Sagen wir's mal so. Schnauze. Ey, ich hab keine AP mehr auf Dingens. Mimikrie. Ist ja echt Mimikrie reingesetzt, süß. Jo. Oh, Altaria. Mit Sandgrab. Fuck, ich mach keinen Schein an das Ding. Okay, Tony. Wo komm's raus? Was? Ach so, nee, Sandgrab geht. Deswegen geht's nicht, glaub ich. Goddammit. Ich kann nicht sehen, das Ding tun. Bitterkuss? Nee, oder? Ernsthaft? Ja, Michi ist tot, würd ich mal sagen. Yo. Yo. Viel's Michi-Man. Hallo, Fubi-Kiyami. Holy shit, dieser Name. Sorry, wenn ich ihn falsch irgendwie betont habe oder so. Beilord. Oh Gott. Der Fat Man ist da. Dreifach-Kick? Egal, ich surf das Ding weg. Ampelläuche. Sie sind sehr schnell. Ja. Es ist zwar nicht immer gut, schnell zu sein, aber halt. Ja, ja. Ach, ich schlafe. Was ist das denn? Egal. Flammkörper-Arz-Häus. Flammkörper-Arz-Häus. In der Kahn spricht Deutsch. Äh. Das ist schlecht. Oh, soll ich Stachler lernen? Stachler? Nee, danke. Wieso nicht? Stachler nicht lernen. Ach, komm schon. Nee. Ich weiß, du willst das. Nee. Das spricht nicht. Der Gegen. Okay, hier haben wir also den Babo. Okay, ich möchte aber noch nicht mit dem Babo noch mal machen. Ich will erstmal raus aus der Arena. Geil raus aus der Arena, bitte. Danke. Und heilen. Huiiii. Mach das Beste, ne? Einfach, ne? Ja. Ich steh auf. Klicken bisschen an meinem Handy herum. Auf einmal kommt so eine Nachricht. Von meiner Fahrschule. Tony! Willst du vielleicht um 10 Uhr den Termin machen? Oh. Ich so. Äh. Okay. Weißt du, ich hab gedacht so. Montag der Termin. Auf einmal schreibt er so. Nee, nee. Jetzt. Ich guck auf die Uhr. Es ist 10 Uhr. Ich lieg noch im Bett. Nooo. Viel Spann. Nee. Lieber nicht. Ich war ja noch gar nicht auf der Seite. Ne? Hier war ich noch gar nicht. Ach. So was nichts. Ja. Ich hab gedacht, er wär noch ein Gegner. Hätt schon ein bisschen die EP bekommen. Schade. Aber der hat auch wirklich so in die Nachricht geschrieben. Spontaner Termin. Spontan. Wow. Hm. Okay. Versus. Man. Wie auch immer der heißt. So. Geh mir was mal schlau an. Geh mir mit dem Gäste erst so ne Donnerwelle. Sturzflug. Are you fucking killing me man? Hitzekoller. Holy shit alter. Du bist voll am Haus. Okay. Ein bisschen Level Up. Sehr schön. Roselia. Da kommt der Turnister mal rein. Mit deinem Läuterfeuer wirst du das Ding wegbreaken ey. Bam. Lockdorf Fluchtwert. Dann willst du auch ausweichen. Ne? Dein Läuterfeuer ist echt nicht schlecht. Regigigas. Ja hallo. 41. Natürlich. Du bist voll am Arsch. Ich bin richtig voll am Arsch. Ja wer meint. Eisenschädel. Minenorden von Adam. Oder Adam. Die jetzt ja auf deutsch ausgesprochen wird. Thema 91. Das ist. Felsgrad. Oder so. Nein. Lichtkanone. Oh ok. Ganz weit dabei. Ganz weit weg. Ach guck mal wer da ist. Der Manuel ist da. Der StarCraft Player schlechthin. So. Hey hallo Mr. Weed. Hünder dich jetzt nicht zu. Oh ok. Ja ja. Ich soll jetzt in die Bibliothek. Ich gehe jetzt nochmal ins Pokémon Center. Warte mal. Ich kann mal ganz kurz gucken. Wegen meinen Pokémonstern. Meinen Pocket Monstern. Ok. Du hast immer noch den EP Teil da. Ist auch ok so. Obwohl was hat nochmal Mr. Biceps? Biceps nochmal so für. Attacken. StarCraft 2. Angriff. Ist das Lenny? Biceps hat halt auch gute Sachen ne? Ist das Lenny? Was ist Lenny? Der Typ der Kilos vertickt. Oh mein Gott. Äh ne ne. Ich wollte hier nichts neues geben. Item nehmen. Wir trainieren mal Biceps jetzt ein bisschen weiter. Wollen wir jetzt den EP Teil da? Ja ja. So. Ja ja. Reden bla bla bla. Ja. Ich kann halt echt nicht glauben, dass der Lenny beim Deal erwischt wird. Das ist einfach zu gut. Hm. Wow. Der Typ sagt. Manuel sagt du jetzt schon an wie Lennart. Ja. Check dich. V in Stärke. Ich soll irgendwas mit dem V in Stärke. Ok. Interessant. Jetzt kannst du die Steine verschicken. Ne. Der sagt ich soll das erstmal haben oder so. Keine Ahnung. Oder was? Ja. Habe ich mich noch nicht. Ja. Fahre ich mal zur Insel. Oh. Oh, Toni, weißt du, was ich gerade für den Hintergrund habe? Ähm... Weißt du nicht, ne? Nee. Das ist von Undertale. Ach so. Auch hier kann ich auch mal ausrunden, ne? Nee, kann ich nicht. Goddammit. Oder? Jop. Nee, nee, hier kommt später ein NPC. Juhu. Hallo. Ah, jetzt habe ich auch Stärke. Juhu. So, dann bringen wir das mal, ziehen einen Balls bei, ne? Balls? Balls! Balls? Balls. Balls. Hm, welche soll vergessen werden? Ich glaube, es geht nur um Hypnose. Leider, leider. Nice. Oh, shit. Rechts! Rechts! Okay. Äh, einen Krabby brauche ich nicht. Nein, danke. Okay, also rechts. Wie es sich für die Deutschen gehört. Ich meine, links war zwar richtig, aber okay, gehen wir rechts. Elikid, ah, ah, ah. So, gehen wir erstmal hier oben lang. War das hier nicht? Nee. Oder? Heatran? Nee, ich denke gerade wieder an irgendwas anderes. Ich denke an irgendwas anderes wieder. Fragt mich nicht. Oh, Akani? Hm, nee. Ist zwar cool, aber... Nicht so cool. WTF? Was ist das für eine Musik? Oh, Registeel. Hm, könnte man fangen, ne? Alte Musik von Registeel ist ja immer richtig komisch. Holy shit. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Holy shit. Erstmal kriegt das Ding in Donnerwelle. Käfergebrumm. Okay Ein Legler Alter, das Ding hat aber auf Verteidigung wie sonst was, ne? Okay Jetzt kommt der Beutel Überball Easy Registrieren Feuer-Normal-Pokémon Aha Registrieren Wie nennen wir es denn? Ich wollte zwar das Pokémon in Hier, ne? In San Monzo nennen, aber ich nehme das jetzt schon mal Trump Oh, mir ist P P Genau Auf dir Ja, Mama So Oh, ein Kampf Jetzt ist es eigentlich zu hohes Level Bitte, 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 bitte Ich bin